Der DTF ein Urgestein, der in den 80er Jahren für uns unterwegs war. Und jetzt kommen sie an uns vorbei, jetzt können wir den Sound genießen. Das ist auch das Schöne, das ist faszinierend an diesen alten SLRs aus den 50er Jahren. Das ist einfach auch dieser Sound. Das ist ja, oder?